Vielleicht... Ja, ist halt so. Osmannoulutsu, sizi selamlar, Yabancı. Ben Süleyman. Seid gegrüßt, Fremdling. Ich bin Süleyman, Oberhaupt der Osmanen. Lasst uns aus diesem großen Anlass ein Fest feiern. Ja, natürlich. Gerne. Machen wir. Hast doch mal eine nette Begrüßung. Der trifft auf uns und möchte ein Fest feiern. Ist das nicht was Tolles? Ich mag das auch sehr gerne, wenn... ...wenn Leute so überfreundlich sind. Oh nee, ach komm. Mann, ich kann mir das doch net leisten. Ich schenke dir jetzt wieder her. Da, guck. Ich schenke euch ne Einheit. Pfff. Noch ne Ruine? Ach, wie schön. Und hier, weil wir ne Produktionsstadt haben, bauen wir erst mal Sägewerk. Achso, ja. Let's play, ja. Ein Sägewerk. Dadurch wird die Produktionsmenge erhöht, die dieses Feld liefert, während der Wald intakt bräht. So, wir kriegen noch einmal Produktion dazu und werden das gleiche gleich nebenan nochmal bauen. So, dieser Bautruck darf hier weiter. Die werden hier weiter nach oben. Und auch hier weiter nach oben. Und jetzt möchte ich mal was nachgucken, und zwar bei Bismarck. Was nun? Und zwar hier. Was habt ihr gesagt? Ähm, Forschungsabkommen. Ach, dazu brauchen wir erst die Technologien. Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Jawohl. Das nehme ich an. Ab gemacht. Dankeschön. Auf Wiedersinn. Ja, das ist doch mal was Schönes, oder? Wir sind im Plus wieder mit Gold und haben mit Bismarck verhandelt. Den Deutschen. Der hat Gold. Aber ich gucke jetzt mal, ob die alle so wieder Gold haben. Hier. Oh ja, die haben... Oh, der hat viel Gold. Der hat viel Geld für so lange, oder? Du denkst... Okay. Nein. Nein. Okay. Ich möchte nicht 75 Gold geben, das ist ja dann quasi ein Minusgesch... Nö. 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 Mal gucken. Mit ihm handeln? Selamlar. Retidurus. Man will immer weniger Gold. Hoppla. 33. Weiß ich es mehr. Es kann doch gar nicht geben. Meine Tastatur spackt schon wieder. Mann. Hallo? Ah, jetzt. Ein Gold. Dann machen wir es halt mal so. Dann weiß ich auch, wo er steckt. Ja. Gleich da. Ich hätte ihn sowieso entdeckt. Istanbul. Na gut. Mal gucken, wie sie uns gegenüberstehen. Ja. Gut. Gut. Haben wir jemanden schon was Böses gemacht? Nein. Ich lasse es mal ein bisschen offen. Jawohl. Ne. Das behindert meine Sicht irgendwie. Oh mein Gott. Der hat behindert gesagt. Mhm. Oh. Da steht irgendwas. Nicht mehr mit allem. Okay. Religion verbessert. Okay. Ist auch okay. Gucken wir hier mal weiter. Und hier rüber holen wir uns die Ruinen. Es war es schon wieder. Für diese Runde. Hm. Naja. Wow. Der ist schon richtig groß geworden. Oh. Bist du großer Junge geworden. Okay. Entschuldigung. Okay. Jetzt verstehe ich warum der jetzt auf einmal so viel Gold verdient. Er hat hier Gold. Die haben Gold. Wir haben Eisen. Toll. Wir haben Eisen. Yeah. Ich hätte auch gern Gold. Mann. Die haben Edelsteine. Hm. Hm. Haben die auch Gold? Was haben die? Der hat eben Räucherwerk. Toll. Wir haben wirklich eine komplett doofe Position. Oh Mann. Oh Mann. Aber ich überlege ob wir uns hier drüben auf dieser... Nee. Nee. Ist kein Gold. Wir uns hier irgendwo ansiedeln wo Gold ist. Oder irgendwas das Gold bringen könnte. Wie Baumwolle hier. Hier. Ah gut. Hier ist nur eine Baumwolle. Hier oben sollte ich lieber nicht. Hier oben wenn es hier groß genug ist. Ja. Könnte man durchaus. Naja gut. Äh. Nächste Runde. Oder? Nee. Ich mache eine ganz andere Runde. ganz ganz kurze Aufnahmepause weil ich Durst habe und nichts mehr zu trinken habe. Wir sehen uns gleich bitte wieder im Anschluss. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü gleich im Anschluss äh ich hab schon wieder alles vergessen ok ich hab jetzt eine halbe Stunde Pause gemacht aber danach ich überlege gerade ob sich hier das auszahlt äh Fokus auf Gold zu legen oh natürlich zahlt es sich aus aber hier auch auf Wissenschaft macht sich das bezahlt ne im Standard Fokus und Wissenschaft erstmal durchklicken ok wenn wir auf Produktion gehen dann ok im Standard Fokus ist er ausgeglichen da wir hier aber nicht mehr Wissenschaft haben wär das jetzt ne Frage im Moment lass ich sie einfach auf normal hier haben wir auf Produktion jetzt hört sich Wissenschaft auch nicht aus naja hier hier lassen wir mal äh dem so ja ich war kurz vor der nächsten Runde das weiß ich noch ja wie viele Zivilisationen haben wir jetzt schon mit uns 1 2 3 4 5 weißt du was 7 haben wir jetzt ne 7 mit uns das heißt eine Zivilisation fehlt uns noch im Bunde jetzt machen wir erstmal plus Gold ja dann ruht euch mal aus kann ich hier durch hier kann ich wahrscheinlich durch das heißt wir werden hier ja ein bisschen ja ist ja ok wenn wir das so machen So, hier. Hier. Und hier wieder zurück. Obwohl hier anziehen, na, hier bringt es nichts in den Berge. Taraios hat Frieden mit Shaka geschlossen. Die Zulu haben Persien denunziert. Wenn ein sterbliches Wesen je die Stimme Gottes hören würde, dann in einem Garten beim Wehen des Abendwindes. Ja, schön. So. Dann bauen wir hier einen Markt, hätte ich gesagt. Ach, hier müssen wir hier oben drum. Ach, Göttchen. Gucken wir mal hier. So, hier. Hallo. Liebe Manila. Was soll denn das? Finde ich nicht gut. Seht ihr mal? Oh. Oh. Okay. In unserer Städte zahlt sich es erstmal nicht aus. Oh. Boah. 6 Gold Plus. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. das mache ich so die kämme weg sozialpolitiken ach ja ach dauert noch wieviel runden steht doch hier 15 runden im moment weiter geht's weiter geht's weiter geht's Würdest du dich interessiert in einem Verkaufsagreement mit England sein? Würdest du dich interessiert in einem Verkaufsagreement? Würdest du dich interessiert in einem Verkaufsagreement mit England? Würdest du dich interessiert? Die Anzahl der Städte wäre neun, quasi im Schnitt, äh, drei. Das sagt der William Shakespeare über Julius Caesar. Anscheinend, ich habe keine Ahnung, ich bin kulturell gesehen schlecht ausgebildet, kann man so sagen. Ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber es hat mich nie so interessiert, dass ich es wüsste. Jetzt auf die Schnelle. Oh, hier kriegen wir noch mehr Gold. Ja, auf dem Wasserweg. Brüssel. Ihr habt den Stadt-Stadt Brüssel getroffen. Sie schenken euch 15 Gold. Sind kultiviert, haben eine irrationale Persönlichkeit. Äh, äh, haben Pferde, Edelsteine und Eisen. Haben wir auch, bis auf die Edelsteine. So. Künstlergilde. Oh, und wir haben plus 16 Gold. Oh mein Gott, was ist denn passiert? Ne, äh, wir bauen hier jetzt eine Karawanee. Und hier bauen wir noch ein Arbeitsboot. Künstlergilde. Vielen Dank.